wir gehen haben jetzt ja ein bisschen haben wir schon vielleicht greifen wir noch einmal an das wäre vielleicht gar nicht so unübel zack super sehr schön da wird gerade gekämpft da gucken wir gleich mal rein danke für die likes kommen wir hier so rüber marcel dankeschön das wie heißt der ok ansehen gucken wir mal rein ist da irgendwas aber und geht's los lieber kundi kämpfe tic kenne so drüber ok das ist cool dann nicht für die 975 daumen nach oben jetzt war die besten vielen vielen dank der will das gerne noch meinen daumen nach oben da lassen das wäre echt cool dankeschön ja guck mal die kleinen skelette ja wie sieht denn das schnell kaputt ok sehr schön aha da hat er noch mal was gemacht hat er aber nicht viel gebracht die sind zu schnell tot zu schnell kann ich gar nicht rüber fahren ich kann mich auf flug einheiten schmeißen werfen da sind doch irgendwo da ist nicht irgendjemand ne ach hier ok ich glaube die da überleben länger na nein auch nicht ok das ist cool wir gehen mal auf die karte your mom hi kasper hi four fight gaming hi secret paulus secret paulus hi der y passt karim hi fox hi keine angriffe mehr keine angriffe mehr ja ich könnte ja mal angreifen ich könnte danke dass du mir folgst vielen vielen dank vielen dank für die blumen ich setze es mal hier rüber wieso kann ich nicht angreifen weil da irgendwas fehlt fünf warum fehlen da fünf warum dauert da fünf fehlen ja warte mal dann nehme ich doch die raus und mache noch einen mache noch einen riesen rein ist doch besser so auf geht's angreifen ach Gott schauen wir mal hier mal ladies and gentlemen ok ich komme von oben runter die kombination aus diesen ballons und diesen bodeneinheiten scheinen ihm sehr zu gefallen wow ja das ist natürlich toll ja ist klar die magie hat oha barbanankrieg das ist ja cool ja die da hinten die räumen ganz schön ab das sind flug einheiten das ist unangenehm äh schwere verluste äh schwere verluste äh kann denn der magier diese lufteinheiten nicht zerstören ihr weitergeläuft schnell weiterlaufen ja das war's kennst dich gar nicht aus ja danke das ist genau das auf was ich gewartet hab das hat jetzt gedauert elf Minuten bis der erste Hater reinkommt elf Minuten deswegen will ich auf äh TikTok nichts mehr machen das ist alles so toxisch geworden das kann man sich nicht vorstellen man sich nicht spielen und das sofort beleidigt elf Minuten drrrrrrrrrr das ist ja schon wunderbar jaa wunderschön schöne Ballons alles klar sehr schön jetzt geht es hier an die hütte die bewegen sich halt nicht das ist es dann ist gelöte machen zu wenig schaden machen einfach zu wenig wo kommt jetzt der andere her ach der tut ihm nacheinander raus oder was ja sie haben es nicht geschafft schade wirklich wirklich schade so neun prozent